Ein neuer Tag, ein neuer Booster-Folge 1054. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal vorbeischaut. So, was haben wir denn hier heute? Graveur des Mahls. Ja, die erkenne ich schon von der Seite. Oh, dann haben wir Drytron Beta Rastaban, Drytron Ceta Aldi Bar, Drytron Booster hier heute am Start, Live-Zwillings-Kanal, dann Herold der Endgültigkeit, Weltvermächtnis Weltlanze, hatten wir aber auch schon. Und die letzte Karte ist es wieder ein Highlight. Ja, es ist wieder eine Karte von der ersten Seite. Und zwar Rilliona Magistus des Glases. Sehr, sehr schönes Artwork hier. Es ist eine Ultra-Rare. Und ja, freue ich mich drüber. Es ist ein Hit, keine Frage. Also für mich ist es ein Hit, auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr schönes Artwork hier wieder. Ja, bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020